Die Regensburger Domspatzen. Der berühmteste Knabenchor Deutschlands hat eine mehr als tausendjährige Geschichte. Die Konzerte in aller Welt begeistern Millionen. Der Chor gilt bis heute als musikalische Talentschmiede. Seit den 50er Jahren leben Jungen im Internat der Domspatzen. Die Aufnahmeprüfung. Nur die begabtesten Knaben mit Engelstimmen werden zugelassen. In ein katholisches Internat. Abgeschieden mit strengen Regeln, Disziplin und Drill. Kannst du mal die Geschichte erzählen, die wir eben gelesen haben? Er wollte sehen, ob sie Geld hat. Sie haben ihre Kindheit bei den Domspatzen verbracht. Diese Männer demonstrieren auf dem Katholikentag in Regensburg gegen ein Vertuschen von dem, was damals bei dem Chor geschah. Lange haben Betroffene geschwiegen. Viele Täter blieben unbehelligt. Ehemalige Domspatzen berichteten erstmals 2010 von Gewalt und sexuellen Übergriffen. Die katholische Kirche kam unter Druck, versprach Hilfe für die Opfer und eine Verfolgung der Täter. Auch das Bistum Regensburg gab sich demütig. Seitdem sind fünf Jahre vergangen. Hat die Kirche ihre Versprechen eingenöst? 2010 brechen für die katholische Kirche in Deutschland alle Dämme. Eine Einrichtung nach der anderen wird als Tatort sexuellen Missbrauchs an Kindern genannt. Auch der weltberühmte Chor aus Regensburg geriet in die Schlagzeilen. Zum ersten Mal bricht ein ehemaliger Domspatz sein Schweigen. Am 5. März diesen Jahres habe ich beim Bistum Regensburg in der Stelle, die zuständig war für Missbrauch, mich gemeldet und gesagt, ich bin eines dieser Kinder von damals. Das Bistum Regensburg musste reagieren, lädt ein zur Pressekonferenz. Die Kirche verspricht eine Aufklärung der Vorwürfe. Für das Bistum bedeuten diese Anfragen viele Gespräche, auch Zuhören, die Bereitschaft zuzuhören, Recherchen, auch Aktenstudium und eben auch Befragungen. Drei ehemalige Domspatzen nehmen den Sprecher beim Wort, melden sich beim Bistum. Udo Kaiser ist ein herzlicher und aufgeschlossener Mensch. Als lebensfrohes Kind kam er zu den Domspatzen, wurde sogar Sopransolist. 2010 stellt er einen Antrag auf Anerkennung seines Leids. Uns berichtet er über die Übergriffe von damals. Alexander Probst, der mutige Mann, der sich als erster traute zu sprechen. Er wendet sich an die Kirche, in deren Obhut er als Kind gegeben wurde und drängt auf eine Aufklärung seines Missbrauchs. Sein mutmaßlicher Täter lebt. Georg Auer, ein feinfühliger Mensch. Als Neunjähriger kam er in das Internat. Dem Bistum berichtet er über Demütigungen, Missbrauch, Prügel. Zum ersten Mal spricht er hier öffentlich darüber, was er als Kind erlebt hat. Damals waren sie alle drei stolz, in den Elitechor mit dem guten Ruf, aufgenommen zu werden. Das war, glaube ich, eine Ehre, öffentlich vielleicht auch einmal im Radio gehört zu werden. Meine Eltern wollten, dass ich so eine Schule besuche. Und da waren die Domspatzen natürlich etwas Herausragendes. Die Domspatzen suchten Nachwuchs. Und in meiner Geburtsstadt in Ehring bei München gab es keine weiterführende Schule damals für mich. Alexander Probst, Georg Auer, Udo Kaiser. Dieser Film erzählt die Geschichte, wie sie dafür kämpfen, gehört zu werden und dass die Kirche ihnen Glauben schenkt. Die drei Sängerknaben machen erstmals genaue Aussagen über die Zustände bei den Domspatzen. Zu keinem dieser neuen Vorwürfe gibt die Kirche eine Stellungnahme ab, um, wie sie sagt, die Opfer zu schützen. Dabei berichten die Betroffenen Ungeheuerliches über ihre Erzieher von damals. Er hat sich dort tatsächlich jeden Tag, den er dort verbracht hat, seinen sexuellen Spaß geholt. Diesen Blick habe ich nie vergessen. Es war ein Blick voller Gier. Abends wurde dann vor 100 Schülern exekutiert mit dem Stock. Er war früher auch ein Domspatz. Heute ist Franz Wittenbrink ein erfolgreicher Theaterregisseur. Gerade probt er für die Premiere seines neuen Bühnenstücks in Wien. Sein musikalisches Können führte auch auf die Ausbildung bei den Regensburger Domspatzen zurück. Sehr schön. So. Ich hatte unglaublich gut Klavierlehrer. Das waren Professoren von der Musikhochschule München, die einmal die Woche nach Regensburg kamen. Großartigen Cello-Lehrer, Trompete, Orgel. Franz Wittenbrink hat sich aber auch nicht davor gescheut, über Brisantes zu reden. Als die Missbrauchsfälle bei den Domspatzen bekannt wurden, schlugen die Aussagen des ehemaligen Chorsolisten hohe Wellen. Das war so diese Atmosphäre. Einerseits diesen wahnsinnig prüden Druck nach außen. Und dann aber in Wirklichkeit die Macht benutzen, um diese verklemmte Sexualität mit diesen Kindern zu machen. Regensburg an der Donau. Der Dom ist das geistige Zentrum eines der ältesten Bistümer Deutschlands. Das Bauwerk ist reich geschmückt. Die Steinfiguren Unikate. Jedes Einzelne erzählt eine Geschichte. Vor hunderten von Jahren meißelte ein Steinmetz eine Kuriosität. Ein halbnackter Affe im Priesterfrack. Welche Geschichte erzählt er? Seit dem Jahr 975 begleiten die Sängerknaben die Messen in Regensburg. Seit 1924 war Theobald Schrems Domkapellmeister. Hier ist er mit Adolf Hitler auf dem Obersalzberg. Schrems gründete nach dem Zweiten Weltkrieg das Internat der Regensburger Domspatzen. Die meisten Domspatzen haben ihre Laufbahn in einem Vorort von Regensburg begonnen. Ettertshausen. Als Udo Kaiser mit der Vorschule begann, stieg er hier aus dem Zug. Den Tag seiner Ankunft hat er bis heute nicht vergessen. Finsterstes Mittelalter. Als ich hierher verschleppt wurde. Ich bin ja mit acht Jahren. Der Drache lebt, gell. Nein, das ist, man kann sich das nicht vorstellen. Von zu Hause in ein Gefängnis. Nur mit Schlägen, mit Tritten. Der Drache. Das sind traumatische Erinnerungen an das Internat. In den Hügeln oberhalb des kleinen Orts lag die Vorschule. Acht- und neunjährige Knaben durchliefen hier die dritte und vierte Schulklasse. Ettertshausen galt als Kaderschmiede für den Konzertchor. Über die kleinsten Domspatzen herrschte dieser Direktor. Er und die Erzieher, die sogenannten Präfekten, pflegten eine Pädagogik der besonderen Art. Man wurde vom Präfekten in der Nacht, wenn er irgendein Wispern oder Sprechen gehört hat, wurde man aus dem Bett geholt. In sein Präfektenzimmer. Man musste die Hose runterlassen. Und der hatte einen Stock und bekam man seine Prügel ab. Es gab natürlich noch viel andere Prügeleien, das darf man nicht vergessen. Die Prügeleien beim Klavierunterricht, Prügeleien durch Lehrer im ganz normalen Unterricht, Prügeleien während des Mittagessens, wo man zum Beispiel nicht sprechen durfte. Dann musste man auf diese Empore treten, stand vor dem Herrn ***, der dann das Köpfchen in die Hand genommen hat, sich so hingerichtet hat, ausprobiert hat und dann ausgezogen hat. Dann hat der voll wirklich eine auf die zwölf gegeben, sodass man alle fünf Finger sahen. Dann kam die andere Seite und der konnte das beidseitig. Und dann hat er mir links und rechts so einen hohen Stapel Bücher draufgepackt und gesagt, zwei Minuten halten. Ich sagte, okay, halte ich zwei Minuten. Und dann habe ich knapp eine Minute gemerkt, nee, das geht überhaupt nicht. Die Muskulatur ist nicht gebaut, dass es geht. Und der wusste das natürlich von vornherein genau. Und dann fiel mir, bevor die zwei Minuten um waren, mit zitternden Händen der ganze Klatsch runter, Wittenbrink, vierfache Ruhestörung, sechs Ohrfeigen ab ins Konto. Und dann hat er mich einfach, da war das Konto voll, an die Wand gestellt und vor den anderen Jungs also 18 Mal ins Gesicht geschlagen. Das war im Grunde, dieses Bild sitzt auch bis heute da drin. Trotz der Schläge hat Franz Wittenbrink seine Liebe zur Musik bewahrt. Seine Liederabende füllen die Säle in den bekanntesten Theatern. Mit seinem musikalischen Talent wurde Wittenbrink sogar Solist im berühmten Konzertchor der Domspatzen. Konzertreisen waren wahnsinnig wichtig. Es war wie eine Befreiung, weil statt ein unterdrücktes Häufchen Kind zu sein, war man plötzlich von einem Tag auf den anderen Star. Man zog diesen schicken Konzertanzug an, die Menschen jubelten zu Hunderten oder manchmal waren es über Tausend im Saal. Man wurde von den Gastfamilien wunderbar behandelt. Also man sah sozusagen die große Welt. Dann war man in Frankreich, da war man jedes Jahr in Rom beim Papst. Im Jahr 2005 hatten die Domspatzen, hier in der Sixtinischen Kapelle, beste Beziehungen direkt zum Papst. Benedikt der Sechzehnte, ehemals Josef Kardinal Ratzinger. Sein Bruder Georg war seit 1964 Domkapellmeister der Domspatzen. In dieser Zeit stieg Josef Ratzinger, bevor er Papst wurde, zur drittmächtigsten Position im Vatikan auf. Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre. Die Behörde ist Nachfolgerin der römischen Inquisition. Hier werden unter anderem sittliche Verfehlungen kirchenrechtlich verfolgt. 2001 gab Kardinal Ratzinger Anweisungen an alle Bischöfe weltweit. Für den Umgang der Kirche mit Kindesmissbrauch. Ein Dekret mit schwerwiegenden Folgen. Jeder Übergriff, so Ratzinger, müsse dem Vatikan gemeldet werden. Ergänzend eine Anordnung, welche die strafrechtliche Verfolgung pädophiler Geistlicher verhinderte. Prozesse dieser Art unterliegen der päpstlichen Geheimhaltung. So konnte auch das Bistum, in dem sein Bruder 30 Jahre lang Domkapellmeister war, weiter den Mantel des Schweigens über die Missstände decken. Und es wurde geschwiegen. Etwa über die drakonischen Strafen. Als Folge dieser Strafen, erzählt Georg Auer, hat er damals begonnen, sein Bett einzunässen. Einmal des Morgens kam der Präfekt. Mein Bett war wieder eingenässt. Dann hat er mich aus dem Bett gezogen, an den Haaren gepackt und hat mein Gesicht am urinbefleckten Betttuch entlang gerieben. Demütigungen. Für Bettnässer seien sie an der Tagesordnung gewesen. Auch Udo Kaiser erinnert sich an die Sonderbehandlungen. Da gab es dann einen extra Tisch für Bettnässer, wo es nichts zu trinken gab. Und als Bettnässer musste man vor 80er Abend seine Wäsche waschen oder seine Hose. War toll. Manchmal hatte ich so einen Durst, habe ich mich zur Toilette gestohlen und Wasserhahn aufgedreht und habe meinen Durst gestillt. Und ich bekam oftmals auch Essensentzug. Ja, ich hatte ständig Hunger und Durst. Der zarte Junge verlor an Gewicht. Ganze Mahlzeiten seien weggefallen. Die Strafen des Erziehers, mit der Zeit wurden sie immer perfide, erinnert sich Georg Auer. Dann hat er mir das Betttuch über den Kopf gestülpt und die anderen Kinder angewiesen, mich zu verspotten. Ich war wie erstarrt. Ich war Salzsäule. Ich war nicht mehr anwesend. Georg Auer verstummte. Viele Jahre hätte er über die Qualen nicht reden können. Im Jahr 2006 fasst er Mut und schrieb an seine ehemalige Schule. Kurze Zeit später sei ein Verantwortlicher der Domspatzenvorschule am Telefon gewesen. Er hat mich kurz angerufen. Er hat meinen Brief vor sich liegen. Er ist entsetzt. Die Vorwürfe wogen schwer. Essensentzug, Stockhiebe, ein pädophiler Triebtäter. Wie hat die Kirche reagiert? Er hat gesagt, er meldet sich wieder bei mir. Ja, dann habe ich fast vier Jahre nichts mehr gehört. Erst 2010, als der Skandal bekannt wurde, nahm das Bistum wieder Kontakt mit Georg Auer auf. Betroffene, so die Kirche damals, könnten eine Anerkennungsleistung in Form einer Zahlung beantragen. Georg Auer stellte einen Antrag, schilderte darin seine Erfahrungen bei den Domspatzen. Es ist November 2014. Das Bistum Regensburg erklärt sich zu einem Gespräch vor der Kamera bereit. Eine exklusive Gelegenheit. Guido Pabrotter, Anwalt des Bistums, und Martin Linder, Missbrauchsbeauftragter, geben ihr erstes Interview in dieser Funktion. Wir wollen erfahren, wie das Bistum mit den Aussagen der Betroffenen umgegangen ist. Es hat ein Verfahren geschaffen, in dem Menschen, die sagen, sie sind Opfer des sogenannten Missbrauchsskandals, um das mal zu definieren, wir reden davon, Opfer sexueller Gewalt durch kirchliche Täter, dass es solchen Menschen ein Verfahren geöffnet hat, sich zu melden. Viel bedeutsamer ist die Wahrnehmung des Betroffenen, dass jemand das annimmt, zuhört und mitempfindet, was ihm widerfahren ist. Zwei Jahre lang, sagt uns Alexander Probst, hat er auf ein solches Gespräch mit dem Bistum gewartet. Keine Antwort auf, nicht nur auf diese Fragen, die man hätte, keine Antwort auf den Antrag, den man gestellt hat, zu bekommen. Ich habe eine Antwort bekommen auf Anfrage, was denn mit meinem Antrag geschehen sei. Da ließ man mir gegenüber verlauten, aus datenschutzrechtlichen Gründen könne man mir das nicht mitteilen. Dabei hatte der ehemalige Domspatz dem Bistum gegenüber in seinem Antrag genau geschildert, wie ein Präfekt damals, als er zehn Jahre alt war, auf ihn zugegangen sei. Da hat er mich mal gebeten in einen Teil der Räumlichkeiten, die abgetrennt waren, mit Couch. Heute würde da ein Plasma-Bildschirm stehen, damals war es ein Super-8-Film-Apparat. Und da wurde Bier getrunken, geraucht und es wurden Pornos geguckt auf diesen Super-8-Filmen. Es waren keine Schwulen-Pornos, die dich vielleicht abgestoßen hätten, sondern es waren tatsächlich Männlein, Weiblein, wo man, also nicht so wie es heute im Internet überall ist, aber man hat einen Busen mal gesehen und vielleicht eine Schambehaarung. Also das war der Wahnsinn, war das Wahnsinn. Dann hast du eine Zigarette geraucht und ein Bier getrunken dabei und da hat der gemerkt, wie die Augen leuchten und hat sich dann gesagt, ah, bei dem und bei dem, da funktioniert es bestimmt. Geistliche Erzieher, die ihren minderjährigen Zöglingen Alkoholeinflößen und Filme zeigen, die alles andere als jugendfrei sind. Sogar in dem katholischen Eliteinternat der Regensburger Domspatzen. Nach der Vorführung, so Alexander Probst, sei der Präfekt ihm noch näher gekommen. Dass dann der plötzlich zu dir ans Bett kommt, unter die Decke fasst und hier an deinem Penis rumspielt und der wächst und wird und du denkst, oh Gott, was ist denn jetzt da eigentlich los und empfindest das auch zum gewissen Teil auch noch als angenehm. Ja, logisch. Briefe des jungen Alexander an seine Eltern. Bei der damaligen Zensur habe er nicht die Wahrheit schreiben können. Und doch, Änderungen in der Handschrift geben Hinweise auf die Verzweiflung des Jungen. Sie wissen nicht mal mehr, ist es gut oder schlecht, aber sie können nichts tun. Es ist wieder der Zeitpunkt, sie können dieser Sache nicht entrinnen. Zur Frage der Zensur teilt das Bistum mit, es liege keine Dokumentation vor. Waren Kinder, die von ihren Eltern getrennt im Internat lebten, leichte Beute für pädophile Straftäter? Zwischen 1945 und 2010 wurden im Bistum Regensburg 13 Geistliche wegen sexuellem Missbrauch von Kindern strafrechtlich verurteilt. Einer von ihnen war Direktor im Internat der Domspatzen. Den habe ich in Erinnerung als drohende Allmachtsfigur im Internat. Nach so einem halben, dreiviertel Jahr verstauten sich die Gerüchte, dass der mit drei Jungs in der Klasse drüber, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und unter Jungs wurde es dann irgendwann ganz klar, der hat die ausgezogen und die mussten ihm den Schwanz lutschen. Nach nur wenigen Monaten räumte der Direktor wieder sein Amt. Was wusste die Leitung der Domspatzen? Das Bistum sagt heute, der Grund sei nicht bekannt. Was passierte mit den drei Kurknaben? Und plötzlich hieß es einen Tag, die drei Jungs sind geflogen. Das wurde dann offiziell verkündet, weil sie eine Gefahr für die Moral der Knaben sind. Und der Ex-Direktor gründete eine private Knabenkapelle. Dort fiel er als pädophiler Triebtäter auf. 1969 wurde er wegen sexuellem Missbrauch von Minderjährigen zu 20 Monaten Haft verurteilt. Zehn Jahre zuvor stand auch sein Vorgänger bei den Domspatzen in Regensburg vor Gericht. Dieser Direktor war auch Priester und Religionslehrer. 1959 wurde er zu drei Jahren Haft verurteilt. Er hatte zwei Sängerknaben über Jahre hinweg sexuell missbraucht. Erstmals zitieren wir aus dem Urteil. Als der Junge schon zu Bett gegangen war, holte ihn der Angeklagte zu sich in die Wohnung. Er schmiegte sich an ihn, tastete seinen Körper ab, langte an dessen Glied, das steif wurde und rieb daran. Auf Konzertreisen des Chors und auch im Domspatzeninternat sei es laut Urteil wiederholt zu Betastungen des Körpers, zu gegenseitiger Onanie, zu Zungenküssen, zu geschlechtsverkehrähnlichen Handlungen, zu Schenkelverkehr und einmal auch zu versuchtem Afterverkehr gekommen. Zwei Priester. Zwei Direktoren der Domspatzen. Einzelfälle oder System? Wir fragen den Sprecher des Bistons. Wenn man einen systematischen Fehler sieht, dann denke ich, die Kirche hätte auch zu damaliger Zeit stärker sich dem gängigen Zeitgeist widersetzen müssen und eine wirklich christliche Pädagogik betreiben sollen. Dabei muss ich aber auch sagen, es ist leicht von dem jetzigen Gesichtspunkt aus und von heute aus solche Sätze zu sagen. War sexueller Missbrauch tatsächlich Zeitgeist? War sexueller Missbrauch Zeitgeist? Nein, Sie können, das Ganze ist doch wesentlich komplexer. Der konnte das tun, was er wollte, weil das Umfeld für ihn natürlich mitgearbeitet hat. Für solche Leute war und ist so eine geschlossene Gemeinschaft ein Eldorado. Du brauchst nur hinzufassen, liegt alles da. Übergriffe, denen ein Kind im Heim oder Internat nicht ausweichen kann. Auch Udo Kaiser erhebt solche Vorwürfe. Ich bin aus dem Schlafsaal geholt worden, nachts, weil ich ja sowieso immer der Lauteste und wurde in das Kabinett des Präfekten geführt. Dann musste ich die Schlafanzughose runter, damit er meinen nackten Podex vor sich hatte, den Kopf zwischen seinen Oberschenkeln, damit er sich schön mit seinem Glied an meinem Hinterkopf abreiben konnte bei jedem Schlag. Und dann hat er mich in sein Zimmer geholt, ich stand einen Stuhl, er hat gesagt, ich soll mich ausziehen und auf den Stuhl stellen. Ich habe mich entgleitet, Schlafanzug ausgezogen, habe mich nackt auf den Stuhl gestellt, an der Lehne festgehalten und dann hat er mich untersucht, überall, überall. Und ich soll mich bücken, ich bekomme jetzt Zäpfchen, damit ich gesund werde. Und ja, zum Abschluss bekam ich noch Medizin. Waren es K.O.-Tropfen? Es scheint der junge Georg konnte sich danach nur noch an eines erinnern. War das schmerzhaft, was er gemacht hat? Ja, doch, ja, der Po hat wehgetan. Körperverletzung in Obhut der Kirche. Ein schwerer Vorwurf. Wurden Medikamente oder gar Drogen den Kindern verabreicht, um Straftaten zu vertuschen? Wir fragen das Bistum, was die Aufklärungsarbeit im Hinblick auf diese Frage ergeben hat. Ich möchte dazu nichts sagen, was tatsächlich... Das ist ja kein Ernst der Fall. Ja, ich weiß schon, aber das Problem, was wir haben, ist, wenn wir aus einer Gruppe von Menschen Vorfälle schildern, dann dürfen wir davon ausgehen unter Umständen, dass sie anderen auch widerfahren sind. Und das würde heißen, dass ich darüber öffentlich rede, was ich auf keinen Fall tun möchte. Wie will die Kirche dann aufklären? Wir fragen Professor Christian Pfeiffer, welche Bedeutung hat es für ein Kind, wenn ein Priester es missbraucht. Der Kriminologe sollte im Auftrag der Kirche sexuelle Übergriffe wissenschaftlich erforschen. Die Kooperation platzte. Wenn der Priester mit der Machtfülle, dass er Gottes Wort umsetzt, an Kinder herantritt, dann sind sie machtlos eingeschüchtert. Und manche glauben aus ihrem Glaubensüberzeugung heraus, das muss ich jetzt erdulden, weil alles, was mit mir geschieht, von Gott kommt. Und diese Sondersituation, in der der Priester steht, macht daraus ein sehr viel schwereres Delikt. Und die Folgen, die bei den Opfern zu beobachten sind, bestätigen unsere Einschätzung, dass das eine Sonderkategorie von Missbrauch darstellt. Noch als Erwachsener hadert Georg Auer mit den Erfahrungen aus seiner Kindheit. Hier im Bahnhof von Ettertshausen habe seine Mutter ihn damals alleine zurückgelassen. Dem Missbrauch weiterhin ausgeliefert. Man wollte tot sein. Es gab Situationen, wäre es besser gewesen, tot zu sein. Die nächtlichen Behandlungen, für Georg Auer waren sie wie ein Martyrium. Ich bin, bin körperlich einfach weggetreten. Ich war, glaube ich, gar nicht mehr in mir. Ich wollte mit dem Knaben auch gar nichts mehr zu tun haben. Mit sich selbst wollte der Knabe Georg nichts mehr zu tun haben. Seite für Seite schrieb er sein Leid von der Seele. Diese Bilder malte er in Therapie. Dort verbrachte er viele Jahre. Oft habe er im Abgrund gestanden. Dass er heute noch lebt, empfindet Georg Auer als Wunder. Auch Odo Kaiser musste sein Leben lang mit den Folgen seiner Zeit bei den Domspatzen kämpfen. Gefühle von damals begleiten ihn bis heute. Gab es irgendjemanden, mit dem Sie sprechen konnten? Nein. Ja, ich hätte bei dem Präfekten beichten können. Damit er mich losspricht von der Schuld, dass ich ihn so weit gebracht habe. Wie einsam waren Sie dann? Völlig. Das ist, das ist... Gar nicht nett beschreiben. Vergangenheit und Zukunft. Heute kommen sie für Georg Auer auf besondere Weise zusammen. Fahrt zum Katholikentag in Regensburg. Das Plakat, eine Botschaft. Vier Jahre nach Bekanntwerden des Skandals ist das Thema nicht abgeschlossen. Mit Michael Sieber zusammen möchte Georg Auer heute erstmals an die Öffentlichkeit. Ein Schritt zur Befreiung. Auch Odo Kaiser und Alexander Probst sind dabei. Zusammen haben sie eine Gesellschaft gegründet. Gegen das Vergessen bei den Domspatzen. Die Flugblätter listen nicht eingehaltene Versprechen der Kirche auf. Die Protestaktion, sie kostet Überwindung. Für jemanden außenstehend, unvorstellbar. Und das ist die Unglaubhaftigkeit. Die Menschen wollen es nicht. Glauben, dass einem so etwas passiert. Sie gehen als Aussätziger durch dieses Land, wenn sie den Mund aufmachen. Wir verstehen es untereinander. Wir brauchen nicht miteinander sprechen. Die Gruppe betreibt ein Archiv und eine Webseite. Sie ist auch Kontaktstelle für Betroffene. Unter den Domspatzen sollen sich mehr als 60 gemeldet haben. Dezember 2011. Auf seinen Antrag auf Anerkennung erhielt Odo Kaiser eine Antwort vom Bistum. Es tut uns furchtbar leid, aber wir könnten dabei ihre Aussagen zur Frage eines sexuellen Missbrauchs nicht nachvollziehen. Eine Leistung in Anerkennung von erlitterndem Leid erscheint auf diesem Hintergrund deshalb nicht gerechtfertigt. Ich werde als Lügner hingestellt. All das, was ich erzähle, wird mir nicht geglaubt. Die Ablehnung seines Antrags habe zum Absturz geführt, erzählt Udo Kaiser. Sein mutmaßlicher Täter soll inzwischen verstorben sein. Wie hat die Kirche seinen Fall geprüft? Und warum hat sie mit ihm vor ihrer Entscheidung nicht gesprochen? Manche Betroffene haben bedauert, dass sie gar nicht gehört wurden, bevor sie eine Ablehnung bekommen haben. Dazu ist mir kein Fall bekannt. Kann ich nicht so zu sagen. Wie ist die von Udo Kaiser geschilderte Tat aus kriminologischer Sicht zu bewerten? Wir zeigen Professor Christian Pfeiffer ein Ausschnitt aus seinem Interview. Für ihn als Erwachsener ist es beschämend, wie die Kirche sich ihm gegenüber verhält, dass sie nicht ernsthaft prüft, ob der Priester nicht gleichzeitig mit dem Schlagen Selbstbefriedigung gemacht hat, so wie es er beschreibt. Da einfach zu sagen, es gibt keinen Hinweis darauf, dass das eine Missbrauchsgeschichte gewesen ist, war nur eine unangemessene Bestrafung. Das ist kein Ruhmesblatt für die Kirche. Auch Georg Auer erhielt eine Ablehnung. Fast wortgleich mit dem Schreibmann Udo Kaiser. Was ich unglaubwürdig bin, auf Deutsch gesagt. Es war, wie wenn mir jemand auf den Kopf geschlagen hätte. Es war, es war, ja irgendwie war es wie damals auch. Wie würde ein Kriminologe das bewerten, was Georg Auer im Internat der Domspatzen erlebte? Wir zeigen Christian Pfeiffer das Interview. Die Stellung, die er einnehmen musste, wirft die Frage auf, ob es zu einem Analverkehr gekommen ist und ob er anschließend Schmerzmittel bekommen hat, weil das für einen kleinen Jungen sehr schmerzhaft ist, wenn das mit ihm gemacht wird. Und dass er deswegen am nächsten Tag so Schmerzen am Po hat, wie er sagt. Also darüber hinweg zu gehen und zu sagen, das war kein Missbrauch, sondern nur eine schreckliche Behandlung aus pädagogischer Sicht. Schwarze Pädagogik, muss man ja sagen, was die da gemacht haben. Ihn so demütigen für sein Bettnässerei, das wird seiner Aussage nicht gerecht. Mit der Ablehnung erhalten die Betroffenen ein Gesprächsangebot mit Anwalt Paprotter. Auf seiner Webseite finden sich Einblicke in seine Arbeitsweise. Erwähnt wird eine John-Wayne-Methode. Für John Wayne und mich sind stählerne Nerven das oberste Gebot. Udo Kaiser nimmt das Angebot an und fährt zum Anwalt. Er will wissen, warum sein Antrag abgelehnt wurde. Braucht auch er stählerne Nerven? Der Anwalt sagte, ach wissen Sie, Herr Kaiser, der hat nur so geschnauft, weil er sich so geschlagen hat. Und dann habe ich gesagt, Herr Anwalt, waren Sie dabei? Haben Sie Kinder? Es ist erniedrigend, es ist beschämend, es ist... Offensichtlich haben Sie seiner Version von dem, was passiert ist, kein Glauben geschenkt. Ich werde mich nicht zu einzelnen Fällen äußern. Es ist ja nicht nur das Opfer, der diese Tat schildert, sondern es ist ja auch der, der als Täter genannt wird, hat ja auch Interessen, die vertreten werden müssen. Insbesondere, dass er nicht ungerechtfertigt beschuldigt wird. Tut sich das Bistum mit der Anerkennung von Opfern schwer, weil sie damit implizit auch die Täter benennen würde? Wie also entscheidet die Kirche, wenn Aussage gegen Aussage steht? Die Kriterien bleiben im Dunkeln. Ungewissheit für Betroffene wie Alexander Probst. Er berichtet von einem unerwarteten Anruf im Jahr 2010. Dann war mein Täter dran. Muss man sich mal vorstellen. Die Stimme ist sofort erkannt. Es war morgens um sieben an einem Sonntag. Und ich sage, was wollen Sie jetzt hier? Er sagte, ja, ich möchte mit dir reden. So wie gesagt, mit dir. Ja, ich möchte mit Ihnen reden. Worüber wollen Sie mit mir sprechen? Wollen Sie sich entschuldigen? Nein, es ist ja so, wir sind ja praktisch, ja, wie soll man sagen? Das war doch gar nichts. Was wollen Sie jetzt eigentlich von mir? Ja, vielleicht müssen wir uns doch mal treffen. Ich habe gesagt beim nächsten Anruf, wir wollen und werden uns treffen im Beisein meines Rechtsanwalts. Und er kann jemanden mitnehmen, den er möchte. Dem wurde dann zugestimmt. Und einen Tag vor dem Treffen wurde das dann abgesagt. Anwalt Adolf Weiß und sein Mandant Alexander Probst haben seit 2010 schon manches gemeinsam erlebt. Dazu gehörte die Vorladung der Kirche zu einem Verfahren gegen den damaligen Präfekten der Domspatzen. Alexander Probst trat als Zeuge auf. Das wird kirchenstrafrechtlich, kirchenrechtlich ermittelt gegen den Priester. Und das ist letztendlich die Aufgabe von diesem Gremium. Und dann wird der ganze Vorgang zum Vatikan nach Rom geschickt. Und mir wurde dann gesagt, naja, also beim Vatikan entscheidet man dann, ob man überhaupt kirchenrechtlich was unternimmt oder auch nicht. Weil ein kirchenrechtliches Verfahren wunderbar dazu geeignet ist, über viele Jahre hinweg zu laufen. Und auch das Bistum Regensburg wird erleben, dass dieser arme, arme Präfekt von damals, dann Pfarrer, wahrscheinlich stirbt, bevor dieses kirchenrechtliche Verfahren abgeschlossen ist. Als das Verfahren in Regensburg begann, war Gerhard Ludwig Müller dort Bischof. Im Juli 2012 beruft Papst Benedikt den Kirchemann aus Regensburg nach Rom. Jetzt ist er Kardinal und als oberster Hüter der Glaubenslehre für den Fall zuständig. Wir fragen ihn zum aktuellen Stand des Verfahrens. Eine Aussage könne wegen der päpstlichen Geheimhaltung nicht getroffen werden, lässt er ausrichten. Das Bistum Regensburg teilt uns allerdings mit, der Abschluss stehe unmittelbar bevor. Neumarkt bei Nürnberg. Auch Georg Auer hatte wieder Kontakt zum Präfekten von damals. Er wollte, so Auer, seinen mutmaßlichen Peiniger endlich zur Rede stellen. Die damalige Missbrauchsbeauftragte des Bistums, Birgit Böhm, begleitete die ungewöhnliche Begegnung. Er hat gesagt, das kann nicht sein. Er war zu dieser Zeit gar nicht in diesem Heim als Präfekt. Und Frau Dr. Böhm hat dann auf einem Bild draufgezeigt und hat gesagt, Herr Auer, sind Sie das oder nicht? Dann hat Herr Auer gesagt, jawohl, das bin ich doch, dass man sich so irren kann. Er versteht das gar nicht. Aber sexuell sei da nichts vorgefallen. Und dann habe ich weitererzählt meine Empfindungen. Ich habe dabei auch viel geweint. Und das hat ihn dann doch berührt. Dann hat er auch zu weinen begonnen und streckt mir auf einmal die Hand hin und sagt, Herr Auer, es tut Ihnen alles so leid. Wären Sie noch im Stande, sollte ich Böses getan haben, mir zu verzeihen. Dann habe ich gesagt, ist das ihr wirklich, ihr ernster Wunsch? Und habe ihm die Hand gegeben. Wie konnte das Bistum nach einem solchen Gespräch den Antrag von Georg Auer ablehnen? Und was steht in den Aufzeichnungen der Missbrauchsbeauftragten Birgit Böhm, die Zeugin war? Ein Einblick wird verwehrt. Wir fragen trotzdem nach. Aber dieser Mensch sagt, seit acht Jahren ist sein Fall nicht aufgeklärt worden. Warum nicht? Darf ich und kann ich nicht sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, jeder Fall, den ich bearbeite, wird so intensiv wie möglich bearbeitet. Und ich komme zeitnah im Rahmen dessen, was ich verantworten kann, zu einer Empfehlung. Im Juli 2014 erhält Alexander Probst überraschend Post aus Regensburg. Es ist eine Antwort des Bistums auf seinen Antrag. Zweieinhalb Jahre später. Und da mache ich den auf und was finde ich? Ich finde eigentlich nur den Hinweis, man würde jetzt doch in Anerkennung des Leids etwas unternehmen wollen. Und ich möchte meine Kontonummer angeben, damit man 2500 Euro überweisen könne. Und das muss man öffentlich mal sagen, dass es keinem der Betroffenen geholfen ist, mit 2005 oder 5000 Euro, das alles wieder gut zu machen und zu vergessen, das ist im Endeffekt lächerlich. Es geht nicht um Geld. Worum geht es dann? Es geht um die Aufklärung der sexuellen Übergriffe, die an Kindern geschehen sind. Regensburg im Mai 2014. Beim Katholikentag ist das Leitwort mit Christus Brücken bauen. Die drei Domspatzen vermissen diese Brücken seitens der Kirche heute noch. Es ist ganz, ganz schwer, diesen Weg zu gehen. Er lohnt sich für einen persönlich, denn ich habe es überwunden. Aber du verlierst vieles mit dem Schritt an die Öffentlichkeit, anderen Menschen Mut zu machen. Denn wer schweigt, hat verloren. Aus den Einzelkämpfern ist eine Gemeinschaft geworden. 2014 meldet das Bistum, die Justiz hat 77 Opfer sexuellen Missbrauchs durch Geistliche ermittelt. Das Bistum selbst hat insgesamt 30 Opfer anerkannt. Wie viele von ihnen bei den Domspatzen waren, dazu erhalten wir keine Antwort. Die drei Domspatzen haben nach ihren Erfahrungen mit der Kirche einen Schlussstrich gezogen. Gebt den Bub in Ettershausen endlich eine Stimme, der sagt, nie mehr Prügel, nie mehr Missbrauch, nie mehr katholisch sein. Georg Auer begegnete der Liebe seines Lebens bei einer Reise nach Russland. Das war vor zwölf Jahren. Nach Jahrzehnten des Leids beschert ihm das Leben wahres Glück. Meine Frau ist ja alles, alles neues Leben, Lebendigkeit, Liebe zur Neigung. Mittlerweile lasse ich mir das nicht nehmen, diese Stadt auch schön zu finden. Jetzt der Duft der Wurstküche. Nein, ich lasse nicht zu, dass man mir, nachdem man mir die Kindheit genommen hat, nachdem man mir Jahre meines Lebens genommen hat, jetzt würde man mir noch die Freude nehmen. Mittlerweile betrachte ich das, diese Aussagen, die damals getätigt wurden, als einen guten Witz. In Wirklichkeit wusste man zu dem Zeitpunkt schon, aussitzen, so wie wir das die letzten 2000 Jahre gemacht haben, wird sich auch jetzt lohnen. Ich werde trotzdem nicht aufhören, versuchen, an mein Recht und meinen Frieden zu kommen. Ein berühmter Chor, eine große Fallhöhe, die Regensburger Domspatzen. Fünf Jahre nach Bekanntwerden des Skandals ist von einer durchgreifenden Aufklärung der Kirche wenig zu spüren. Betroffene, die damals geschlagen und gedemütigt wurden, appellieren heute. Dass vielleicht irgendwann dieser Aufschrei von Empörung auch mal die Kirche selber erreicht. Und nicht bloß wegen dieses großen Namens, dieses berühmten Chors, immer wieder darüber gebügelt wird und vertuscht und weggemacht. Dass Fehler im System zu Sünden an den Sängerknaben führten, vermag das Bistum bis heute nicht zu erkennen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020